Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich hab dich heute gezeugt und wiederum, ich will ihn Vater sein und er soll mir Sohn sein. Ziemliche Insetz-Geschichte. Aber wie hin wiederum, wenn er den Erstgeborenen in die Welt einführen wird, sagt er anbeten, ach du Sche... ich lass es bleiben. Was soll ich das? Ich komm grad nicht klar. Hallo. 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 Wir sind wieder da. Ich glaub Kali ist satt. Wieso? Weil ich grad hinter dir herlaufe und du geschafft hast. Du hast gekauft. Du bist zweimal einfach geradeaus gegen die Wand gelaufen. Nicht gechoppt. Gechoppt. Ich bin grad Nachrichten am Lesen auf dem Handy. Ja, natürlich. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Kann man eigentlich mit den Lego-Autos auch fahren? Nein, leider nicht, aber du hast den Traitor vorhin teilweise. Richtig dunkel hier. Bitte? Alter, was läufst du mir die ganze Zeit hinterher? Weil ich dir in den Verdacht hab, dass du bist. Ich warte nur, bis du ihn weg machst. Geh weg. Aber nicht von seiner künstlichen Intelligenz. Ach, künstlich sogar? Ja. Respekt. Lieb den Kali, wie man halt jemanden lieben kann, aber ich trau ihm nicht alles zu. Und das mein ich nicht böse. Meinst du jetzt eher so körperliche oder mentale? Mentale. Achso. Körperlich stehe ich doch nur auf dich. Das weiß ich doch. Ja, also. Und trotzdem, wir sind aufgeregt. Hallo. Du? Vorsichtig sein, mein Junge. Unten ist Licht aus, also das ist nach unten. Wo ist nach unten? Ach, da unten. Und ich würde an deiner Stelle so ein bisschen von der Rakete da wegkommen, aber es ist nicht weit. Von der Rakete? Die Rakete, die da steht. Welche? Lass mich mal bitte weg. Da, die Rakete da. Wie? Das ist Kali. Kali ist da unten. Lass ihn kommen. Also ist er doch intelligent. Scheiße. Oh, da war die Milose zu kurz. Und links. Nicht gut. Mann! Okay, was? Aber... Weißt du, wie ich dir ganz ehrlich bin? Jawohl! Was denn? Warum ich es immer bei dir? Weil du, ich weiß nicht, bist halt irgendwie kriminell. Es ist doch wohl normal, wenn ich das so sage und dann aufhöre, wenn ich bei Kelly bin. Ja, nee, warum? Aber das kann ja auch einfach nur Taktik sein. Nee. Ja, aber vorher werde ich nicht sagen, oh, Kelly, ich habe dich beim Shoppen erwischt. Das ist ein paar vier. Ich weiß nicht, du bist manchmal, du hast ein böses Wesen. Geh mir auf den Sack. Was? Es ist doch so. Bin immer bei dir. Hauptsache in der Aufnahme, wo unser TS abgekackt ist, ne? Da habe ich mich ja so ein bisschen mit Helga gezofft, ne? So von wegen random killen, obwohl ich eigentlich genau wusste, dass er das war. Das war absolut nicht random. Das war sowas. Willst du jetzt schon wieder damit anfangen? Nein. Und dann habe ich ihn direkt vor seiner Nase eine Melon in eine Fresse gehauen, die er aber nicht getötet hat und er läuft einfach weiter und hat keinen gesagt, dass ich irgendwie eine Melon in seine Fresse reingehauen habe. Was soll ich denn wissen, dass du eine Melone gezündet hast? Ich habe die direkt hier in eine Fresse gehauen und du hattest dann nur noch 7 HP danach. Das war die Geschichte? Ja. Wow. Du weißt ja, dass das Ding nur mit Pizza funktioniert, ne? Bühel? Du weißt ja, dass das Ding nur mit einem Pizzastück richtig funktioniert, ne? Mhm. Voll. Verstehe ich nicht. Ich geh jetzt in den Keller. Oh, hier wird geschossen mit Silence irgendwas? Ne. USP oder was? Genau. Ups. Ah, da ist ein Trater-Tester. Lass mal in der Luft. Michel? Ja? Du bist auch für mich in der Salon. Warum? Ich war gerade im Trater-Tester. Versehnlich. Ja, der funktioniert nur mit einem Stück Pizza. Alter, das Raumschiff. Oh, ist klar. Oh, Hans. Safe, wo ist es? Das heißt, der ist unten in den Trater-Raum, ne? Genau. Okay, Sesh. Wir bleiben zusammen. Nimmt mich mit. Wo bist du denn? Ich bin hier. Ich war gerade auch unten in den Trater-Raum, wusste aber nicht, wie man irgendwas zündet. Ich bin bei euch. Das seid ihr, ne? Hallo. Ja. Vielleicht sollten wir nicht ganz so auf einen Haufen stehen. Doch, wir müssen zusammen bleiben. Der Helikopter ist auch hochgeflogen. Ja, auf den habe ich noch geschossen. Und so wie ich Moken hatte, hat er einfach wieder alles aktiviert, was er sehen hat. Einfach nur E drücken. Alter, nee, das ist Kali. Oh. War das eine Mette? Nein. Incentory. Von mir. Ist er. Jungs, passt auf die Autos auch, ne? Warum? Weil er ist auch Twitter-Raum. Aber die musst du halt direkt zünden, ne? Mhm. Ich meine ja. Und ich weiß auch nicht, welcher Autos deswegen. Mo, du kannst ruhig Piep sagen. Wir wissen, dass du es bist. Ich hab Angst. Erstmal die J-Tapel, wenn er entlarvt ist, erst mal nichts mehr sagt. Wo bist du denn gerade? Aua. Wurde angeschossen. Hart angeschossen. Bist du oben? Ne, bin unten. Vorsicht, ich verstecke mich einfach. Vorsicht, ich stehe hinter dir. Das bin ich, du Mongo. Den er geschossen hat. Oh, 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 oh. Beide inkompetent. Oh mein Gott. Na, kannst du das mal lassen? Ich kann mir keinen Jugger noch kaufen. Du sollst mir keinen Jugger noch kaufen. Ich kann mir auch keinen kaufen. Au. Okay, Michelle, ich könnte eventuell deine Hilfe brauchen. Bin doch hier. Ich hab nicht mehr so wahnsinnig viel Leben. Wo ist der denn? Aua, ich wurde angeschossen. Im Eingang. Och. Ja, jetzt bist du alleine. Du bist ernsthaft. Und, wie geht's dir sonst so? Ich hab nur 6 HP, alles gut. Ja, das ist natürlich schön. Kann ich mir mal was Schönes kaufen? Nein, hör auf damit. Lass uns das ausmachen wie Männer. Ja, okay. Sag dir wie Männer nicht, wie kleine Kuscheltiere. Jawohl, fuck. Boah, Alter, da hat der Dead Ringer mir den Arsch gerettet. Hauptsache, ich stehe die ganze Zeit hinter ihm und denke mir so, hey, da ist ein Freund. Hey, warum hat er keinen Darm über den Kopf? Kali, du bist einfach inkompetent. Boah, ne Runde, ey. Alles klar, weiß ich jetzt. Ich mach die Traderfeinde nicht mehr an. Oh, Chef Colmoo. Und ich dachte mir so, na. Ja, die waren alle oben. Ich hab die alle gesehen zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Also, das war jetzt nicht wegen der Traderfalle selber. Ich bin disturbed. Vor allem, das ist so geil, ey. Michelle, ich brauch deine Hilfe. Ja, ich bin auch hier, ich bin auch hier. Ey, auf jeden Fall. Guck, ihr Landpuff weg. Ich hab ihn unter rechts gesehen. Aber ich fand's ziemlich geil. Irgendeinen, ich glaub Kali, der hab ich, glaub ich, einen 360 Northcorp gegeben. Ja, ja. Das fand's ziemlich geil. Ich komm aus der Dringer raus und... BAM, Junge. Richtig hart in den Arsch. Mo, du bist schon eine harte Sau. Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder innocent. Das ist langweilig. Ja, ist klar. Michelle ist es. Mischel. Ich bin auch unten am Traitorraum. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie man den einsetzt. Wahrscheinlich klingt doch genauso ein Lego-Elikopter. Wie macht der Polizeihelikopter? Puh. Ey, hier ist Pizza. Da ist Kali. Da ist Mo. Ich bin unten. Achso. Ey, die Musik ist aus. Habt ihr das gehört? Mach das wieder an. Mo ist bei mir. Ey, mach das wieder an. Alles klar, Mo ist es. Ich geh so striker gegen die Eber. Ey, hab ich hier Lieferung für die Helga. Helga, wo ist die Helga? Helga, bitte du Helga. Hab ich hier mal Pizza Margarita. Nie, Lombolo. Der geht mir halt auf den Sack damit. Du Wichser. Äh. Alter. Moment. Ich identifiziere. Hast du den gerade mit der Pizza gemacht? Manny aus der Branche. Ja. Das tut mir leid. Der hat ihn mit der Pizza gemacht. Und jetzt wirft er eine Granate. Gut, das hat gar nicht mehr das Punkte gefehlt. Sorry. Ja, wie auch immer Trailer ist. Bitteschön. Ich hab Tränen in den Augen. Das war ziemlich geil. Ja, und ich hab mir eine Rage gebraucht, um sich wieder weggehen. Das, Kali? Ja, ich trau dir nicht. Kali, 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 Kali. Ich glaub, du hast das extra gemacht. Kali, 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 Kali. Er schießt auf mich nicht. Nicht. Kali, Kali, Kali. Kali, Kali, Kali. Nein, das ist nicht. Aber was wäre denn... Nee, naja, das ist nicht. Was wäre denn, wenn das noch was ist? Du bist das. Auf jeden Fall. Bin da nicht. Kannst du mich gerne machen? Nee, Moment. Wer auch immer Trailer ist, mach mich nicht. Der andere soll mich machen. Was? Was? Dass der Minuspunkte kriegt, oder was? Genau. Dass der Trailer keine Punkte kriegt. Tschüss. Ich will deine Meinung hören. Ich weiß nicht, wer von uns hat das. Also ich bin in uns denn so viel shitfest. Ich auch. Hast du den jetzt eigentlich gemacht? Wen? Kali steht da hinten in den Ecke. Nehm dir. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah! Mach es. Mach es. Ja, wer ist es? Beschießen. Der... Nein. Das ist nicht so einfach. Das ist wie jetzt heute. Mo redet so komisch. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch Traitor. Nö, Sisch, du verdächtigst. Andere, du bist Traitor. Ich überlege, ob ich einfach meiner Intuition folgen soll. Mach. Geh. Aber warum sagt es nicht Schmach? Weil er Traitor ist. Und hofft, dass du mich... Vor allem der kommt auch schon so ein bisschen immer wieder näher. Ja. Ja, ich hab ne Rifle. Das wär dumm. Ne Rifle. Ne Rifle. Ne Rifle. Ist die in der Eifel gebaut? Ja. Die Eifel ist auch schön. Mach sie ruhig mal. Eichel. Was? Ich glaub, da hat jemand Husten. Eichel husten. Eichel husten. Ah, shit. Och Gott. Und die Siegel. Ich hab die nicht mehr. Hier, die Eichel, die Eichel, die Eichel. Ey, jemand schießt auf mich. Sisch. Ah, da hat er sich geoutet. Könnt' ich sein. Könnt' ich. Könnt' ich. Ist aber nicht. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Das ist vollkommen korrekt. Nur das Gute ist, ich weiß, wo die sind und ich werde mich davon ganz weit entfernen. Das heißt, äh... Genau, deshalb gehe ich nicht nach unten, weil ich das genau weiß, dass du das wirst. Denn wenn du links und links, dann hängst du nur links. Du hast doch bestimmt ein Radar, oder? Ach, das ist doch jetzt Quatsch. Das heißt, du kommst. Kackier ist. Och Mann, wo warst du denn? Hier, hallo. Ach du Hure, da hab ich gerade hingeguckt. Ihr seid alle schlecht. Ich war da genau hinter der Ecke. Alter, da hat er mich auf 22 runtergeschossen. Im Übrigen ficke er sich. Aufstehen. Aufstehen. Na, fick dich. Ey, du fickst dich bitte. Du bist so eine richtige kleine Muschi. Du hast dich noch niemals entschuldigt. Hättest du dich entschuldigt, hätte ich gesagt, okay. Alles ob. Du hast sofort gesagt, du kleiner mieser Ficker. Das hab ich gar nicht gesagt. So weit kam ich ja nicht mehr. Nee, der hätte im Handel das Wort gesagt. Ja, woher hat nichts gesagt, aber aus uns. Irgendwas mit Eichel oder so hat der gesagt. Das war später. Meine Eichel kam später. Mieser kleiner... Eichelkäse-Esser. Richtiger Hurenharder, ich schwör. Schmier ich mir jeden Morgen aus Brot. Eichelkäse. Eichelkäse, lecker. Richtig hardcore. Oh, der hielt schon Bock drauf. Ihr seid so eklig. Nö, wir sind nur ehrlich. Hallo. Wie geht's? Oh nein, ihr seid nur ehrlich. Weiß nicht, wo man hergeht. Oh, wer kam denn hier oben? Hallöchen. Hallo, Office fürs Discount hier. Soll ich jetzt mal einen Instant-Dairy da reinschmeißen? Oh, das ist ziemlich geil. Da hau ich ab. Hast du dir das wirklich reingeworfen? Nein. Datum. Richtiger Eichelkranzkäse mit Speck. Mit Speck. Also hier ist... Wieso bist du healthy? Healthy? Du bist auch healthy. Healthy. Healthy? Warum hast du auf eine Schrotze gewechselt? Weil ich mir die nachgekauft hab. Ey, du, der läuft mir die ganze Zeit hinterher, hat eine Fernkampfwaffe und jetzt hat er auf eine Schrotze gewechselt. Komm immer näher. Ich komm immer näher. Oh mein Gott. Incendary. Hier bleib ich stehen. Disco. Das ist echt incendary. Wow, ich bin geflogen. Das sah ziemlich geil aus. Ich hab die Instant-Dairy. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich jetzt gedacht, du hättest ein PhD-Flopper. Ja, hab ich aber auch. Bin einfach nur froh, dass der nicht ausgelistet hat. Michelle? Ja? Okay, wollte nur wissen, ob du lebst. Ich leb gerade noch im Moment. Noch? Gerade noch so. Der ist mir leider entwischt. Ah, Kali war auch ein bisschen hurt. Ach, warum wohl? He said, don't let go. Don't let go. Don't let go, never give up. Don't let go. Sag mal, was hast du da eigentlich für eine Sniper? Ah! Auto-Sniper. Irgendwie hat dann die Schell gerade. Für die Auto-Sniper. Ah. Was ist mit Michelle passiert? Weißt du? Keine Ahnung. Da steht Missing in Action. Au! Hör auf! Ich bin das nicht. Geht da wirklich Missing in Action? Nein, steht nicht. Ich sag's, ich ist das. Ich bin das nicht. Nein, 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 nein. Der war auch sofort zu so's weg. Was ist mit Michelle passiert? Was weiß ich? Ich weiß noch nicht, was wurde liegen. Ich bin ich. Ich hab nur gehört, wie er immer so. Er war's nicht. Oh, du bist es. Ich bin das nicht. Du bist doch Traitor. Ich sag Michelle, leg noch und verarscht uns. Diese Idioten. Erstmal fett Minus-Minus-Klick passiert. Diese absoluten Idioten. Oder du bist Traitor. Ich sag, du bist Traitor. Mikrofon activated. Ja, wir sind die einzigen beiden, die noch leben, du Schwachkopf. Woher weißt denn das? Warum wohl? Weil der Helga nichts sagt und da kommt ja nichts drauf selber. Und den Sesh hab ich weggemacht. Also ich glaub, für so schlau halt ich den. Der kann zwar nix, aber das kann er. Oh, 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 gleich gibt's Kopf. Ich hab mich erschrocken, da sind Viecher unten. Nein, nein. Oh, oh. Alter, Sackgasse. Ich hab mich jetzt so dermaßen erschrocken. Ich guckte so, hä, was wuselt da so in der dunklen Gasse? Und dann hab ich Licht angemacht und da waren voll die Monster. Und jetzt hab ich Minusen gewinnt. Warum glaub ich dir das? Hier liegt ne Schildkröte. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, mein Lieblattladen. Ah, mich, komm, kannst du mich reden, wo bist du? Nein, es ist Bummi, es ist Bummi. Warte, bumm. Tss. Ich glaub, das war's dann mit Kali. Verstehen, nix gut, nix gut. Also, da du ja den Traitorraum und Schwenk gefunden hast. Nein, ich hab ihn nicht gefunden. Warum glaub ich dir das? Hab ich nicht. Ich glaub dir doch. Und da geht der Helikopter hoch. Und der Krankenwagen und Gegner-Rakete. Hui. Die Minusen fliehen. Rams. Rams? Boah, die ist richtig geil auf Sesh eingedrungen. Was ist die so in Sesh eingedrungen? Ja, die hat den richtig geil penetriert, ey. Also, ich muss sagen, Death Ringer ist ja mal ne ganz schicke Sache. Death Ringer? Ey, das Ding steckt durch, das Ding steckt im Boden. Dieses Flugzeug. Kandalös. Mein Gott. Kandalös. Gundul. Es ist so feine Möchen, Puppechen. Dedeede. Also, Haste Mode ist schon in Overton. Das heißt, so viel Zeit bleibt nicht mehr. Ach ja, ach so war das ja, stimmt ja. Und da wär ja noch was. Oh, jetzt mach ich dich ja einfach mal. Ja, okay, mach das. Seh dich. Damit ich weiß, wo du bist. Drei, zwei, eins. Oh, ich leb noch. Was ein Zufall. Also, ich hab mich so erschrocken vor diesen Scheiß Viechern. Ja, ich weiß gar nicht, wie, ich hab die Tür aufgemacht und hab erstmal Hammer geschossen. Ich hab mich auch ein bisschen vor den Viechern geschrocken. Ich weiß nicht, aber wie der Kali einfach den Basti weggemacht hat, ist so richtig geil. So, da muss der Basti gewesen sein. Oh, der ist tot. Boah, der war's nicht. Nee, der war's nicht. Ach, das war schön. Ja, ich mag die Autosniper. Das ist eine gute Runde von dir. Ja, die war die ziemlich geil, die ich gerade hatte. Sniper Reno. Die hat den Sesh instant gekillt, das war gut. Ich fand das sehr schön von uns allen, in Anführungsstrichen. Von mir am besten, aber Mo war noch ein bisschen besser. Leider nicht ganz durchgekriegt. Ey, meine. Ja. Ich will die Autosniper. Wir sind alle zu viert. Diesmal ist es Sesh, bin ich mir sicher. Ich sag mich ja, das ist Sesh. Nö, falsch gedippt. Oder Kali ist das, weil er jetzt keine gute Waffe hat und deswegen deprimiert als Traitor ist, weil er uns nicht so leicht wegmachen kann. Alles klar, komm, dann machen wir ihn weg. Nein. Nick. Hallo. Chance ist 1 zu 4. Ich glaube, so gut, Kalt. Im Grunde 1 zu 3, weil du selber weißt ja, dass du auf der Traitor oder Innocent bist. Ja, das weiß ich ja nie. Für einen Außen-Tschuldigen. Bei mir steht da unten nix. So, bei dir steht Detective, ne? Ne, er redet einfach immer nur richtig, ob der Traitor ist. Ja. Wo sie ich? Hallo, ich hab die Schoffe in der Lage. Was hab ich? Hey. Wie ist einer immer? Ich weiß, ich schieße immer auf die Waffen, die hier liegen. Boah, da. Verschicke ich mir auf der einen Seite, sieht Sesh mich. Verschicke ich auf der anderen Seite, sieht mich schon. Ja, und ich bin die Geilste, das ist auch vom NTV. So viele Wände, so sind halt. Hast du eigentlich gehört, wie ich jetzt mal geshoppt habe? Ich glaube nicht, ne? Ja, okay, dann mach ich. Hast du den Dead Rill oder was? Kommst du auf das Dach hoch? Ne, ich hab mir die Melon-Nuke geholt. Hab ich gerade so neu implementiert auf dem Spiel. Kommt das nur eine riesige Melode vom Leben in der Falle an, oder? Ja, Mann. Hau ab, Alter. Oh, weißt du, du kommst zu mir, du bist es, du bist es, du musst es sein. Du bist immer der Böse. Achso. Und ich schaffe, da die Pizza zu euch rüber zu hören? Ne, geh mir mit der Pizza weg. Wo bist denn du? Bauer und Opfer, du. Warte mal, Kali sagt schon nichts mehr, ich geh jetzt mal nach unten gucken. Ich lauf hier rum. Okay, das war falsch richtig. Ich find den ausgangig. Ich geh mal nach unten. Ich geh mal unten. Ich hab die aber fliegen sehen. Wenn ich Kali sehe, mach ich ihn, ich hab Intuition. Weiblich? Aqua. Ich seh den nicht. Aquaman. Wo? Er ist im Traitor-Raum, ich hab's gehört. Wann kommt der eigentlich in die Kings? Bin ich im Traitor-Raum? Weiß ich nicht. Kali ist im Traitor-Raum, da ist er. Ja, ich bin unten. Hi. Wo ist der Ausgang? Wo ab? Wo hast denn du dann geflogen, als ich eigentlich seh? Ah, hier. Weiß ich nicht, wo die ihn geflogen ist. Kali ist es, da bin ich mir jetzt sicher. Aber ich hab hier noch so ein paar. Ja, werf mal nach oben, ich will mal wissen, ob ich die sehe. Hier seh ich noch weniger. Oh, verdammt. Moment. Du hast gesagt, nach oben, nicht nach unten. Achso, ein Indomini-Petri. Oh. Achso, wie schwer das ist, so ein Scheiß-Ding nach oben zu werfen? Wer auch immer mich vergiftet hat, fick dich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Geh weg, Mann. Mach ihn jetzt. Jetzt mach ich dich. Geh weg. Du sagst, du machst mich, aber im Endeffekt tust du nichts. Ja, diesmal nicht. Ich möchte nicht schon wieder als Random-Killer eingehen. War das, Sessi? Hm, und schon. Okay, dann ist es, Sessi. Alter, super funktioniert. Nee, nee. Da du. Sessi ist es. Ich bin es nicht. Da muss er ja. Er hat sich gerade selber mit der Instant-Aware gekült. Ich würde euch die Leiche gerne konfirmen, aber ich komme noch nicht dran, weil da noch Feuer ist. Au! Lauf! Du bist es doch. Ich bin es nicht. Doch dann, da mach ich jetzt, Kalli. Jetzt ist mir auch egal. Ey, geh weg! Das mach ich, Kalli. Ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Pass auf, du bist hier unten die ganze Zeit im Traitor-Raum rumgerannt. Ich bin nicht im Traitor-Raum rumgerannt. Ja, deswegen, ich komme hier unten nicht raus. Jetzt hab ich hier unten nicht gefunden. Deine Oma. Alter! Zack! Das war voll random. Das war garantiert nicht random. Außer uns nutzt keiner das Gift. Ich konnte mich nicht entscheiden, bin ich ja ehrlich. Ich dachte zuerst so, weil Mo nämlich so komisch geredet hat. Ah ja, dann mal tschüss, Sessi. Und dann, äh, mh. Ich war tatsächlich nicht im Traitor-Raum und ich hab wirklich nicht den Ausgaben. Du bist die ganze Zeit da unten rumgerannt. Wahrscheinlich, weil du einfach nur zu doof hast, das Ding aufzumachen. Nein! Ich hab die Monster gesucht. Ja, und die sind im Traitor-Raum, du, Kevin. Nee, die sind nicht im Traitor-Raum. Aber am Traitor, ja, daneben, Entschuldigung. Die kannst du, die musst du auch erstmal releasen als Traitor. Ja. Ja, und die hab ich gesucht. Ich hab sie ja aufgemacht. Ja, und die hab ich gesucht. Aber ich war nicht im Traitor-Raum. Und meine einzige Amtstat war, den Mo mit der Poison abzuschießen. Mehr hab ich nicht gemacht. Das ist ja keiner, was die ich benutzt hat. Du lügst doch. Ja, aber eigentlich ist die auch schon viel zu stark, ne? Nö, die Poison gar nicht. Die Toys sind aber in dem Sinne der Schwester-Raum. Die Leute flügt von der Poison. Was, wir spielen hier schön Pizzas schießen. Ja. Er ist auch runtergefallen. Nö, ich wollte eigentlich holen. Er hat sich noch nicht mal's beschwert. Er hat sich noch nicht mal's beschwert. Ja, weil der Disco war, die ich gesehen hab. Hallo. Ey. Der schießt. Charlie. Hab gar nichts gemacht. Ganz ruhig reden, du Schwachkopf. Er ist bei mir am Turm. Idiot. Er zielt grad auf mich. Und jetzt schießt er auf mich. Gott trifft nicht. Und jetzt geht er Richtung Keller. Rampe. Leben überhaupt noch welche? Hallo? Da ist der Sesh und der Maus hier unten reingegangen. Kannst du dich reden? Der will dich abkennen. Ich bin nicht hier reingegangen. Hallo. Okay. Achso. Nicht angestellt ist das. Ist der einzige, der die frisst, oder? Ja, oder Sesh. Da ging ein Dead Ringer an. Dead Ringer, ja. Ich mach's nicht. Irgendwo in der Zeugstation wahrscheinlich unten. Weil dieses auch typische... Oh, die fährt kein Wagen rum. Äh, geht in Deckung. Oh nein, nein. Wo bin ich safe? Wo bin ich safe? Hilfe. Oh, wie kann jemand in den Boden eindringen? Hm. Wer lebt alles noch? Alle. Gut, muss man den eingangigen Polizierstation jetzt auch in die Opa? Du meinst unten diese Falltür, oder was? Ich weiß nicht, ob da eine Falltür ist. Hä? Blöde? Wie sind du jetzt gestorben? Hä? Das verstehe ich jetzt auch gar nicht so ganz. Ich dachte, einer von euch hätte mich gemacht. Oh, ich hab gewonnen. Oh. Oh. Äh, blablabla, wo gehen wir denn? Urbahnruins. Kakariko. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schausaloo. Schausaloo.